Hallo, hier ist Noa Lahuta aus dem verschneiten Wald. Und das hat mich spontan inspiriert, ein Video über Landart im Schnee zu machen oder mit Schnee. Landart ist ja so ein Thema, das ist relativ bekannt geworden in den letzten Jahren. Also damit ist gemeint, aus Naturmaterialien künstlerisch, also Kunstwerke zu erschaffen oder zumindest Muster zu bilden oder überhaupt was zu bauen. Das kann auch ein Häuschen sein oder dergleichen. Also dass das, was schon vorhanden ist, genutzt wird. Und die Schönheit der Natur für was Neues zu nutzen, ohne dabei irgendwie zerstören oder massiv umwandeln zu müssen, sondern einfach zum Beispiel was auf den Boden zu legen, was irgendwo hoch zu errichten. Also man kann ja auch einen Baumstamm dafür nutzen, ohne dass der Baumstamm selber verletzt wird. Und da eignen sich natürlich alle möglichen Materialien. Und meistens ist es aber so, dass das dann im Sommer oder Frühlings oder vielleicht eher auch Herbstkontext so zur Sprache kommt und eher weniger im Winter. Und da dachte ich mir, da ist doch ein kurzes, knappes Video zu dem Thema ganz schön. Einfach, weil es in Deutschland ja auch gerade relativ viel schneidet. Also es ist gerade eine schöne Gelegenheit, das auch einfach mal umzusetzen, ganz direkt. Und Landarten nicht nur mit Kindern und Jugendlichen durchzuführen, sei es jetzt in der Gruppenarbeit oder im Beruflichen, sondern auch, dass Erwachsene sich einfach mal die Zeit nehmen, um selber ein bisschen runterzukommen und mit der Natur ganz sinnlich in Kontakt zu kommen. Und auch dieses Ausfühlen, Austesten, Aushalten dieses kalten Baumaterials des Schnees, das mal zu erfahren. Und der Schnee, der ist natürlich ganz toll geeignet, um verschiedene Dinge zu erschaffen. Also sei es irgendwelche Strukturen, da kann man allein schon mit Fußstapfen ganz viel machen. Also was Vorhandenes auch nutzen, was schon da ist, also was andere Leute vielleicht schon hinterlassen haben. Oder auch ganz gezielt selber auf einer bisher unberührten Fläche mit Fußstapfen arbeiten oder mit anderen eindrücklichen Mitteln, also beispielsweise sich einen Stock nehmen und dann feine Strukturen ziehen in Schneelinien, Spiralen, Kreise, irgendwelche geometrischen Sachen, die jetzt nicht unbedingt rund sind. Ja, und dann kann man natürlich ganz viele andere Sachen auch mit einfließen lassen. Also beispielsweise, wenn man noch irgendwas übrig hat aus dem Herbst, kann man das dekorativ auf den Schnee legen. Also das sieht natürlich dann auch richtig verrückt aus, weil wer erwartet irgendwelche Herbstblätter, Zapfen, vielleicht alten Früchte auf dem Schnee. Also das kann ja dann nur ins Auge springen. Genau. Und genauso kann man mit dem Schnee natürlich nicht nur Iglus bauen, sondern noch ganz andere verrückte Sachen. Also sich ein schönes Winterwichtelhaus aus Schnee zu erbauen, ist bestimmt witzig, vor allem wenn es begehbare Häuser sind. Na gut, dann ist es vielleicht weniger für Wichtel, aber man kann ja vielleicht auch ein größeres Häuschen mit dazu bauen. Genau. Oder man macht halt irgendwas sehr Künstlerisches, was eher in die Skulpturenrichtung angeht. Und dann gibt es auch was, das arbeitet mit Lichteinfall. Also gerade wenn dann die Sonne untergeht, kann man Schneeplatten auch nutzen, dass das Licht dann in einer bestimmten Weise durchfällt. Also da könnt ihr zum Beispiel Astgabeln nutzen. Also wenn ein Ast v-förmig gegabelt ist, dass ihr dann dazwischen Schnee anordnet. Und zwar so, also so mit Eisplatten, dass das Licht auch noch schön durchscheinen kann. Dann könnt ihr so ein bisschen die Effekte abwarten. Und genauso natürlich, wenn man ein Häuschen oder ein Iglu so halbtransparent baut. Also Eis ist da genauso ein schöner Träger, ein schöner künstlerischer Träger. Wie auch immer. Jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Ihr wisst. Genau, also jedenfalls gibt es da sehr viele Dinge, die da zu machen sind. Man kann mit Zweigen, also alles, was wohlgemerkt schon am Boden liegt, also nichts abreißen bitte. Alles, was schon am Boden liegt, was vielleicht schon halb verschüttet ist vom Schnee, das könnt ihr freilegen. Also auch das gibt schöne Effekte, wenn ihr einen Kontrast schafft zwischen freigelegter Stelle und Schneestelle. Ja, also allein dadurch lassen sich ja schöne Muster und Ornamente erstellen. Oder indem ihr halt dann Sachen da rausholt und die dann oben auf der Schneedecke ausbreitet. Vielleicht auch richtig reinsteckt, also dass das dann rausragt. Oder dass es wirklich in die Höhe gebaut wird. Also man kann das auch so kombinieren, dass Schnee immer verbindet zwischen einzelnen Stücken oder Stöcken. Und Erde kann dann natürlich auch noch mit eingesetzt werden. Also ihr könntet dann auch so ein richtiges dunkel-helles Zopfmuster oder Perlenmuster erstellen. Also das sind mal so ein paar Ideen, die ihr umsetzen könntet. Seid einfach mal spontan und lasst es fließen, was dann kreativen Dingen so raus will. Also ich glaube, allein schon mit einem Kind rauszugehen, mit einer ganzen Gruppe und dann damit anzufangen, das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja, da kann man auch wirklich sagen, gut, man macht das auf jeden Fall eine Stunde lang oder länger. Und kann es natürlich auch so machen, dass es eine wirkliche Gruppenaufgabe gibt. Und es zum Beispiel, die Aufgabe ist, dass die Gruppe ein bestimmtes Thema hat und dazu was im Schnee macht. Oder auch, dass Leute einzeln sich dazu zurückziehen in ihre kleinen Winkel und dann was machen mit dem Schnee. Und dann kann man sich das so zeigen, wie in so einer Art Ausstellung. Und dann können alle dazu was sagen, wenn sie möchten und es beschreiben. Vielleicht auch, was sie dabei empfunden haben, an was es hier erinnert. Und das ist recht schön. Also das geht auch so ein bisschen in diese psychologische Richtung, in dieses bisschen runterkommen, was auf sich wirken lassen. Und ja, das ist einfach schön genießerisch und ruhig. Also dieser Schnee deckt ja auch einfach ganz viel zu und hat einen sehr wohltuenden Effekt, wenn man es dann zulässt. Ja, genau. Das mal als kurzer Input zum Thema Länderart im Schnee.